Alt sein in Deutschland. Wenn es für immer ging, solltet ihr noch ein paar Worte von uns verstehen. Denn wir haben schwer geschuftet und wir haben viel getan. Und das sieht man unseren Körpern ja auch mittlerweile an. Ja, wir haben viel gelüttet, damit's euch mal besser geht. Und wir haben darauf vertraut, dass ihr das genau so seht. Wir sind die Letzte aus unserer Generation. Und wir sind der Sende, man wartet schon. Doch bevor wir von der Welt für immer gehen, Solltet ihr noch ein paar Worte von uns verstehen. Solltet ihr noch ein paar Worte von uns verstehen. Doch jetzt schaut euch mal an, was ihr mit uns macht. Ja, ihr habt uns längst vergessen und ins Altersheim gebracht. Drei Minuten zur Toilette, zwei Minuten für den Tisch. Gegen Trauer geht's Tablette und da tut es her richtig weh. Wir sind die Letzte aus unserer Generation. Und wir küssten, der Ländermann wartet schon. Doch bevor wir von der Welt für immer gehen, Solltet ihr noch ein paar Worte von uns verstehen. Solltet ihr noch ein paar Worte von uns verstehen. Keine Zeit für Gespräche aus der guten alten Zeit. Keine Zeit für eine Umarmung, denn das Klinge wohl zu weit. Keine Zeit für ein Lächeln, keine Zeit für Sympathie. Keine Zeit für eure Eltern, ihr behandelt uns wie sie. Keine Zeit für ein Lächeln, keine Zeit für sie. Manchmal jammern, uns geht es nicht immer gut. Doch das ist kein Lohn zu schimpfen und das ist kein Grund für Wut. Denn wer weiß, wie es euch mal geht. Wenn ihr selber älter seid, vielleicht haben eure Kinder dann für euch auch keine Zeit. Wir sind die Letzte aus unserer Generation. Und wir wissen, der Ländermann wartet schon. Doch bevor wir von der Welt für immer gehen, Solltet ihr noch ein paar Worte von uns verstehen. Solltet ihr noch ein paar Worte von uns verstehen. Ja, ihr sprecht von Schwerbehilfe und von Sensibilität. Dabei könnt ihr's kaum erwarten, bis man übern Jodern geht. Also kommt die Menschenwürde nicht ins Wege ein. Und wir könnten auch etwas lauter nach ner Pflegekräfte schreien. Wir sind die Letzte aus unserer Generation. Und wir müssen, der Ländermann wartet schon. Solltet ihr noch ein paar Worte von uns verstehen. Und bleibt nicht, falls zu hoffen, dass es bald zu Ende ist. Flaschen sammeln, ein Gestalt sein und der ganze andere mit. Vielen Dank auch von denen, die jetzt nicht mehr sagen können. Seid gewiss, wir würden euch eine bessere Kugel gönnen. Wir sind die Menschen von unserer Generation. Und wir wissen, der Ländermann wartet schon. Doch bevor wir von der Welt für immer gehen, Solltet ihr noch ein paar Worte von uns verstehen. Solltet ihr noch ein paar Worte von uns verstehen.